Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1929 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Einige Mitarbeiter sind erkrankt. Deshalb muss ich die nächsten Tage neu planen. Einige Mitarbeiter sind erkrankt. Deshalb muss ich die nächsten Tage neu planen. Ich mache Werbung für Parfüms. Morgen Abend könnt ihr mich im Werbefernsehen sehen. Ich mache Werbung für Parfüms. Morgen Abend könnt ihr mich im Werbefernsehen sehen. Ich mache Werbung für Parfüms. Morgen Abend könnt ihr mich im Werbefernsehen sehen. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Verursacht dieser Server die Probleme? Wir müssen ihn ersetzen. Verursacht dieser Server die Probleme? Wir müssen ihn ersetzen. Verursacht dieser Server die Probleme? Wir müssen ihn ersetzen. Diese Höchstleistungen können wir nur erbringen, weil wir in einem hochqualifizierten Team arbeiten. Ich habe es eilig, sonst komme ich zu spät zu meiner Besprechung mit der Geschäftsleitung. Ich habe es eilig, sonst komme ich zu spät zu meiner Besprechung mit der Geschäftsleitung. Ich habe es eilig, sonst komme ich zu spät zu meiner Besprechung mit der Geschäftsleitung. Bald gibt es Tee. Der Wasserkessel steht schon auf dem Gasherd. Bald gibt es Tee. Der Wasserkessel steht schon auf dem Gasherd. Ist das ein Polizeihubschrauber? Er fliegt ziemlich niedrig. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Die Bananen sind noch grün. Ich kann sie so nicht essen. Die Bananen sind noch grün. Ich kann sie so nicht essen. Die Bananen sind noch grün. Ich kann sie so nicht essen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Untersuchungsergebnisse sind eindeutig. Wir sind uns darüber einig, was zu tun ist. Die Untersuchungsergebnisse sind eindeutig. Wir sind uns darüber einig, was zu tun ist. Der Radfahrer benutzt jetzt ein Fahrradschloss, weil sein Fahrrad schon einmal gestohlen wurde. Der Radfahrer benutzt jetzt ein Fahrradschloss, weil sein Fahrrad schon einmal gestohlen wurde. Das Sparschwein soll dir helfen, nicht immer sofort alles Geld auf einmal auszugeben. Das Sparschwein soll dir helfen, nicht immer sofort alles Geld auf einmal auszugeben. Das Sparschwein soll dir helfen, nicht immer sofort alles Geld auf einmal auszugeben. Obwohl wir ein automatisches Bewässerungssystem haben, gieße ich manche Pflanzen auch mit der Gießkanne. Obwohl wir ein automatisches Bewässerungssystem haben, gieße ich manche Pflanzen auch mit der Gießkanne. Schmerzt dein Nacken immer noch? Haben die Tabletten nicht geholfen? Schmerzt dein Nacken immer noch? Haben die Tabletten nicht geholfen? Ich habe meine Unterlagen durchgesehen, aber nichts zu diesem Thema gefunden. Ich komme sofort. Ich muss mir nur ein paar Notizen machen, dann bin ich bei dir. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst mich fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Wir halten zusammen und wir planen das Ganze gemeinsam. Wir halten zusammen und wir planen das Ganze gemeinsam. Wir halten zusammen und wir planen das Ganze gemeinsam. Ich habe gerade ganz aufregende Dinge erfahren, die ich dir unbedingt mitteilen muss. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.